Für Männer ab 50 reicht eine Urinprobe im Garten für einen Gesundheitscheck ab. Früh am Morgen auf nüchternen Magen in den Garten gehen und pinkeln. Wenn sich Ameisen am Boden versammeln, dann hat man erhöhten Zucker und eventuell Diabetes. Es tropft auf die Fußzehen, dann hat man Probleme mit der Prostata. Tut es beim Abschütteln am Handgelenk weh, dann hat man Arthrose. Kann man mit dem Schütteln am Ende nicht aufhören, dann hat man Parkinson. Sollte nach der Beendigung des Geschehens, wenn man zurück in die Wohnung geht, immer noch was raushängen, dann hat man Alzheimer. Wenn man nicht mehr weiß, warum man im Garten bat, dann beginnt die Demenz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017